Musik Ich bin bei der Contax wegen dem tollen Betriebsklima. Mir sind die flexiblen Arbeitszeiten hier wichtig und hier gibt es interessante und spannende Tätigkeiten. Ich arbeite gerne bei der Contax, weil ich mich immer gut unterstützt fühle, in der Schule und auch im Bett. Also bei der Contax gefällt mir sehr gut, dass immer was geboten wird, zum Beispiel Betriebsausflug, Weihnachtsfeier oder Wanderung. Ich bin gerne bei der Contax, weil man hier auch nach der Ausbildung unterstützt wird und Seminare zu aktuellen fachlichen Themen angeboten bekommt. Ich mache meine Ausbildung bei der Contax, weil wir haben individuelle Zugeschulungen seitens der Geschäftsleitung und auch bei Fragen zur Hochschule ist immer jemand da, der sich Zeit nimmt und die Frage beantwortet. Ich arbeite bei der Contax, weil wir sehr viel Wert auf Sport legen. Wir machen nach der Arbeit sehr viel Sport. Wir haben einen sehr rückenschonenden Arbeitsplatz und vor allem einen sehr modernen Arbeitsplatz. Ich bin bei der Contax, weil wir nicht in überhitzen, sondern in sehr gut klimatisierten Büros im Sommer arbeiten können. Ich bin bei der Contax, weil es gute Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und egal welchen Weg man hier einschlägt, man wird einfach immer unterstützt von der Kanzlei. Werde Teil unseres Teams und starte deine Ausbildung oder dein Studium bei Contax. Wir bieten ganzheitliche Betreuung in Sachen Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung und das schon seit 1982. Wenn du also Freude am Umgang mit Zahlen und Gesetzen hast, dann bist du bei uns richtig. Nach der Einführungswoche lernst du alle Bereiche praxisnah kennen. Dabei hast du auch direkten Kontakt zu unseren Mandanten. Ob Buchführung oder Steuerrecht, durch regelmäßige Schulungen im Haus bist du immer auf dem aktuellsten Stand. Die Chefs persönlich helfen dir bei den Prüfungsvorbereitungen. Gute Ergebnisse werden nicht von Unternehmen erzielt, sondern von den Menschen, die das erweiten. Austauschen auf Augenhöhe. Ein gutes Betriebsklima ist uns sehr wichtig. Neben der Arbeit kommst du bei unseren Minimus von Sonderleistungen, wie zum Beispiel Betriebsausflüge, Sonderseminare oder innerbetriebliche Gesundheitsförderung. Hast du nach drei Jahren Ausbildung oder Studium erfolgreich beendet, dann ist dir ein Arbeitsplatz sicher bei Kontax in Groß Dallstadt. Steig ein bei Kontax! Os soll man die acht Jahren ausratschießen können, wie zum Beispiel Betriebs verletzte Boden dafür sind und Musik가지고 wie zum Beispiel Betriebson in Wolfgang. Man liebt den